Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Kulturhistorischen Museum Rostock Festlich! Rostocker Feiern heißt eine neue Dauerausstellung im Kulturhistorischen Museum der Hansestadt. Das Team hat sie drei Jahre lang mit erheblichem Aufwand vorbereitet. Nicht nur viele Ausstellungsstücke sind dazu aufwändig restauriert worden. Wie haben die Rostocker früher gefeiert? Im Mittelpunkt steht die Feierkultur vergangener Generationen. Im Blickfeld sind zwei unterschiedliche Milieus, das Bürgertum und die Handwerkerschaften. Dokumentiert wird die Feierkultur besonders des 18. und des 19. Jahrhunderts und auch die dazugehörige Lebenswirklichkeit. Im Rostocker Bürgertum wurde eine Besuchskultur mit strengen Anstandsregeln und Tischsitten gepflegt. Um die bürgerliche Feierkultur anschaulicher zu machen, sind zum Beispiel Objekte aus Silber, Zinn, Glas oder Porzellan zu sehen und zu bewundern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.